Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Marvel's Episode. Wir brauchen Verstärkung. Hallo. Ihr seid unwürdig. Das seid ja Bäm, Bäm, Bäm. Oh Gott. Bäm, Bäm. Bumm. Ja. Was? Mal, mal, mal. Okay. Ausweichen. Okay. Okay. Gut. Okay. Benutze WSD. Drücke linker Stich zum Ausweichen. Es ist fern Anteinander. Eingriffe nur im Kampf möglich. Eingriffe zu entgehen, indem du ja gut. Okay. Also kannst du machen oder wie? Da kann auch gleich. Also kann ich so machen. Wie ist euer Status? Werbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Und? Ich hab mir nen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute morgen mehr vorstücken sollen. Na. Ja, fang. Boah, alter. Nice. Tor. Danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest. Hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmer mich darum. Boah, ist so cool. Ja, und damit natürlich auch hier nochmal ein herzliches Willkommen zu Marvel's Avengers. zur zweiten Folge. Wenn es euch gefällt. Bitte gern Abo, Like und Kommentar da lassen. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Und jetzt gibt's weiter aufs Maul. Bang. Bam. Bäm. Cass, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Ah, okay. So geht es ausweichen. Hm? Ah, brauche ich mal Hilfe? Bist du verletzt? Nein. Ah, komm. Mal. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Jetzt soll das Spiel auch um einiges besser laufen. Hm. Das war eben wohl irgendwie nur halb eingestellt. Eben hat er sich auch irgendwie beschwert, dass man der Grafikkarte nicht ausreicht, um das Spiel zu spielen. Äh, da war irgendeine Einstellung falsch. Also nicht wundern, wenn er so ein bisschen gezuckt hat mit der Kamera. Mit der Kamera. Ähm. Ich hatte auch einmal es ausgeschaltet daher. Weil das Spiel auch in einer Szene ganz weird bei mir ganz kurz aussah. Aber jetzt sollte es hoffentlich gehen. Ich hoffe es. Sollte es. Wie geht es? Ja. Es ist Tor. Oh. Danke. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Es ist Tor. Wir sind der Leute. Tötet ihn los. Ja. Ja. Okay, jetzt den blocken muss ich echt auch lernen. Weil das sie ein bisschen anders fühlt ist. die als man es gewöhnt ist aber aber dafür ist der projoker da um das spiel zu lernen oder wie das machen jetzt läuft bei mir dann kriegst du gleich ins gesicht du kriegst den spiel ins gesicht ich könnte ja alles blocken was jetzt okay aber die können gut blocken denken hey pass mal kurz darauf auf ja danke gerade wurde bestätigt dass die nummernschilder auf der brücke zu dem heute morgen gestohlenen Schildkonvoi passen stand das in einem von Furies berichten die ich nie lese komm schon Tony die sind wichtig ok von mir aus Pulsarraketen zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert diese Raketen verursachen eine Menge Schaden ja ich weiß ich hab die verdammten Dinger gebaut toll gemacht Tony wirklich du hast dann einen Eidroth und dann Feinde einfach mal die Waffen gebaut sehr nett wir sollten den Technologienkristall sichern denn wenn er getroffen wird schon dabei Dr. Thornton ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer in Deckung bleiben alles klar welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen er wenn das der Konvoi transportiert geheime Schild-Prototypen Fury beschafft die komplette Liste wie geht's der Katze sagen sie Fury dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde wir halten sie auf dem Laufenden und Fuß geht's gut ich wusste nicht dass sie den Teil gehört haben man sollte meinen diese Idioten müssten mittlerweile fliehen ich glaube die sind uns einen Schritt voraus hier ist noch was andere sind BAM 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 Was ist da unten los Tony Ach gar nichts alles super ich hoffe nur die Jungs haben keine IA Ich nehm's zurück sie haben pulsarpanzer Kept das Schiff ist nicht flugbereit, wieso bewegt es sich.. Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert der Autopilot der chamera hat übernommen Du brauchst Unterstützung wir kommen zurück Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Hallo? Ich Hulk. Ich Böse. Bam. Oh, ein gepackten Gegner. Komm her. Kann man die... Ne, warte mal. Ach so, eigentlich kann man nicht hochheben. Oh. Ich rejected ihn. Oh mein Gott. 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 Nein, 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 nein. Aufhören. Genau. So. Hoppa. Ich weiß nicht, ob Hulk bei einer zerstörten Brücke der richtige Kandidat ist zum Rumopsen. Und Bumm. Guten Tag. Bumm. Hi. Bumm. 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 Hier, fang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Oh. Der Kuchen muss ausfallen. Erstmal kommt der Sport. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Nein, nein. Wieso gut? Bist mit mir. Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stopft noch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Ich beeile dich, Großer. Viel kann sie nicht mehr einschnecken. Danke, Black Widow. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Und Einmal hier. Einmal klatschen. So. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Halt, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. So. Scheiße. Hey. Weg da. Ja. Hier, fang deinen Kollegen. Hulk ist sauer. Halt, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Bäm. An alle Einheiten. Die Chimera wird angegriffen. Evakuiert die Zivilisten. Gott. Na, komm mal her. Arschloch. Hui. Was? Die sind ja zu mir geflogen. Ähm. Okay, das ist, äh, ja. Oh, da hat was die Glänze. Was? Eh, nicht Granaten. Oh. Ich hasse Glänz-Granaten. Steve, kannst du mich hören? Kann man das nicht aufheben? Hi. Tartan, sind Sie da? Die Verbindung bricht ab. Captain, wir haben ein Problem. Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nicht das. Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen. Ich komme so schnell ich kann. Ja, ja, ich komme gleich. Ich muss hier nur... ...fürs Rechte sorgen hier. Und den Blinde-Paragier mal hier rausschmeißen. Na, wer will. Wer will. Wer will, warte noch nicht. Das war keine Fangfrage. Na, Gott. Wenn ihr nicht wollt. Noch mehr? Oh. Oh, fuck. Bonbon. Gut. Und? Tut mir leid. Ihr habt kein VIP-Ticket. Der Reaktor stabilisiert sich nicht. Das ist schlecht. Der Regenmolekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Alter, wenigstens. Das ist noch schlechter. Glaube ich. Ich meld mich gleich wieder. Ja, ja, ich habe... ...kleine Probleme. Ah. Wie eh? Eh? Okay, was mache ich dann? Yo. Oho. Au. Au, das hat weh. Und? Bam. Und? Oh, okay. Ich glaube, ich brauche eine Reha. Tot. Ist die Tot oder was? Oh, euer Kampfziel ist die Beleidigung von meinem Skill. Ah. Bam. Avenger, bitte kommt. Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptor-Bombe. Ne, was? Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole. Eine Schall-Disruptor-Bombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Amo. 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 Eine Schall-Bombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Super. Das nenne ich mal einen Auftritt. Und wer bist du? Taskmaster. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also. Worauf warten wir noch? Au. Das ist das. Wow. Bleib stehen. Ach, scheiße. Du bist du, Alter. Der Bösewicht, oder wie? Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Hier ist einer. Heißt, ich tritt dir in den Arsch. Das war ein Lieblings-Trek. Bam. Oh. Der Fuß der Brücke ist gesichert. Ich habe hier ganz seltsame Seismische Werte. Tony, LKW. Verstanden. Und. Oh. Oh. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. das war die scheiße der drückte alles voll acht und ach so okay muss sein ich muss sein 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 entdeckteile lassen also irgendwie auf die drauf schießen irgendwas treffe ich schon nicht schlecht das nennt sich einfallslos wenn du lernst du wenn ich gegen dich kämpfe oder was okay mit ihm mit ihr kann man besser ausweichen als mit anderen charakteren aber gut das liegt auch daran dass die geheimagenten ist glaube ich nur russische agentin oder erweckt sich da was also brauche ich treffe ja gar nicht jetzt habe ich ein schwerer hast du okay dein tanz endet hier drück um mit widows haken angreifen blauen oder gelben in die akt in die akt indikatoren zu kontern ich will etwas viel wertvolleres und das wäre ich will die überraschung nicht okay bis zuletzt ist mir nix und inlegen ey das fühle ich nicht gut aber oh Gott oh du bist an der bomben los tut mir leid versuchst du noch immer es zu verstehen gibst du auf keine sonst was du hast dich deine ermittlung hingeführt du bist nicht der kopf hinter dieser sache und das hier riecht nach ablenkung schutz mit dem geredet feigling was ist denn magst du keine überraschung ja was ernst du daraus nicht siehende gegner kann man nicht besiegen mach dir nächstes mal bessere notizen das hast du wohl kommen sehen was glaubst du du hast gewonnen wovon verdammt nochmal redest du sieh dich um romanoff die welt wird sich an diesen tag erinnern als ihre helden sie im stich gelassen haben was passiert hier die stadtsturzwein verdammt das war ein trick steve hörst du mich verschwinde da los meta scheiße nein vor fünf jahren stellten die avengers der welt unerprobte gefährliche technik technologie vor die schaden in nie dagewesen im ausmaß anrichtete der von uns allen geliebte captain america kam während des versuchten diebstahls dieser technologie ums leben tausende weitere unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den ereignissen des a-days hunderte erkranken und wurden in seltsame kokons gesperrt aus denen sie mit gefährlichen weltfremden kräften wieder hervorkamen ohne eine bekannte heilung hat sich die krankheit im ganzen land ausgebreitet und während sowohl schielt als auch die avengers versprachen die situation zu bereinigen war es dr banners aussage die das ende einer ära herbeiführte ihre so genannten helden haben san francisco in eine hoch infektiöse quarantäne zone verwandelt sie haben mächtige wesen entfesselt die unsere nation verwüsten viele kranke lauern noch unter uns unidentifiziert also frage ich sie noch mal dr benner sind die avengers eine gefahr für die gesellschaft ihre aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen helden gingen verschiedene wege aber aus der tragödie wird hoffnung geboren nach der staatlichen auflösung von stark industries glaubt dr george talton selbst ein opfer des a day und gründer von advanced idea mechanics dass wissenschaft die lösung für die probleme unserer nation ist ich wünschte ich wüsste was captain lodgers widerfahren ist aber ich war weit vom reaktor weg ich habe keine antworten aber eins verspreche ich ihnen ich werde dank dieser zweiten chance für ihre sicherheit sorgen ein findet ein heilmittel für die in human krankheit tröstende worte an die familien die von der krankheit zerrissen sind aber ist er zu selbstbewusst viele kritisieren die taktik von aim diese sogenannte resistance armee wird jeden tag stärker ich bin phil schelden und berichte live vom jubiläum sie wollen einfach nicht sehen was wirklich passiert jetzt kommt schon wo seid ihr denn hin wenn ihr es raus findet kopiert alles wir finden euch dann so ist es besser wow retrostag können wir kurz reden bitte ja klar die mädchen brechen bald zur moschee freizeit auf es ist noch nicht zu spät mit ihnen mitzufahren das war heute kamala wir haben das besprochen auf die freizeit mitzufahren ist die gelegenheit hier rauszukommen mal durchzuatmen zu lachen nakia wird sehr enttäuscht sein wenn du nicht fährst du hast recht ich überleg's mir gut sehr gut sie haben auch eiscreme oh und das beste ist es gibt keine jungs also viel spaß ich hab dich lieb ich dich noch mehr aber du verstehst nicht okay wo waren wir passwort hinweis erste liebe oh was komm schon kamala du schaffst das oh klar ja verdammt kommt schon jungs oh nein das kann doch nicht oh mein gott ich bin drin ich bin drin ich glaub's nicht oh ja alles kopieren gesegnet sei dein riesen ego tony stark was ist das nicht nein 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 gesperrt ich weiß das hier ist was ich muss ins hauptquartier da hab ich wohl jemanden aufgescheucht ich muss zum hauptquartier und rausfinden was auf dem stick ist neue normalität das machen wir aber das würde ich sagen in der nächsten folge und ich muss auch ganz ehrlich sagen die Leute die die beta gespielt haben ich finde das viel besser als die beta in der beta habt ihr ja gespielt haben sie das rausgeschnitten da war es nicht drin weil sie ja ja sie wollten ja für die für die vollversion überraschung bereithalten aber die beta war sehr auf kloppen die waren nur kloppen die waren nur kloppen das war vollkommen merkwürdig ähm aber so ist es voll spannend auf jeden fall danke fürs zuschauen beim nächsten mal geht's weiter wenn euch das projekt gefällt könnt ihr gerne ein like einen kommentar oder ein abo dalassen und beim nächsten mal machen wir wieder weiter hier mit marvel äh venger marvel avengers hier mit mir neben pyrus hau rein tschüss euer pyrus tschau